Hallo, liebes Weltwunder! Schau mal, ich habe jetzt gerade mein Drei-Gänge-Menü für meine Patienten hergestellt. Das gibt es immer nach der Kolonhydrotherapie, also der Dickdarmspülung. Und selbstverständlich ist dabei ganz wichtig Wasser. Also sie hat jetzt unglaublich viel Wasser verloren während der Stunde und dieser Wasserhaushalt muss natürlich aufgefüllt werden. Dafür verwende ich unbedingt klares, reines, stilles, gefiltertes Wasser. Dann gibt es aus einem extra Glas, weil da sind unsere freundlichen Helfer drin, unser Probiotika mit den sechs Leitsternkeimen, dass sich wieder gute Bakterien ansiedeln können. Und zum Schluss hier noch eine eine ganz unglaublich schmackhafte Gemüsebrühe direkt vom Markt, veganes Produkt. Und hier haben wir natürlich keine Hefe drin, kein Gluten, selbstverständlich nicht, aber ganz viel Kurkuma und Petersilie und Kräuter, Liebstöcke und sowas. Sie wird jetzt gleich kommen. Ich habe schon die